Ja, ich kann es nicht wieder benutzen. Na, Gott sei Dank. Echt nervig, wenn man sich daran gewöhnt hat. Kann ich jetzt eigentlich zu Mephiston auf oder so? Das probieren wir jetzt einfach mal. Da geht's! Mephisto, ich komme, ich komme. Und? 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 Hm. Ja, okay. Totale Zeitverschwindung. Wie sich jetzt alle zusammengeschlossen haben, um mich zusammenzuschlagen, ey. Aber gegen Wunderarsch haben sie keine Chance oder Lord Butthole. Jetzt geht's. Wo soll die eigentlich hin? Ah, zum Freedom Palace Versteck. Gut, dass der so schnell lädt. Gut, dass der so schnell lädt. We need your help. Come to Freedom Palace Base. Wir müssen uns helfen, ihn zu foltern. Einmal frei. Folterspaß für jedermann. Oh. 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 Ich würde mich selbst preferieren. Siehst du? Das macht mich nicht schrecklich. Broccoli. Broccoli? Ich bin nicht froh von Broccoli. Es ist ein schlechtes Rapp, wenn du mich fragen. Nein, Fack. Nicht... Nicht nur ein wenig. Du kannst die Farben aufbauen. Guys, I really wish we could just wrap this up. Oh. Hit him again. Oh jeez. Well, I guess we're done here, huh? Could someone reach around and get this knot? Waaay. Ha ha ha. Yeah, you guys might smoke, but they're not... Yeah, furzy, kaputt. Oh, wait, 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 you guys. Oh my god. Oh, the cats. What cats? I just remembered. Connor, I think the fart is got my memory. He said something about making cats more powerful than... Yeah, that's it. He must want to genetically alter the cats. The genetics lab, Dr. Mephesto. Yes, that must be it, Gats. Really? Really? Alter, da war ich gerade meine Fresse. Oh. Too shit. Okay, hatten wir schon. Vergiss es. Fastpass haben wir auch schon. Das haben wir auch alles. Ah, Korgel hatten wir noch nicht. Wunder-Tweak. Wunder-Tweak. Yes. Mysterion. Kenny. Hatte ich den schon? Hatte ich den schon? Naja, hatten wir schon. Okay, los geht's. Auf zu Dr. Mephisto. Der in den Folgen immer die mehrärschigen Viecher macht. Ein sechsärschiger Affe. Aber er ist Mist, denn es kann auch einen neunärschigen Affen geben. Oder eine vierärschige Taube. Oder irgend sowas. Äh, geht glaube ich da oben schneller. Du solltest mal gegen Morgan Freeman kämpfen. Habe ich schon mal gelesen. Wann kann man gegen ihn kämpfen? Danke schön. Ich bin gespannt, was da Mephisto damit zu tun hat. Vor allem wie hat er Cartman die alle überredet? Ach gut, was frage ich eigentlich? Ey, das ist wie so ein South Park. Das sind alles Vollidioten. Wo? Okay, die neue Kinder sind hier. Kommt, neue Kinder! Kann ich dir helfen? Ja, hallo, wir haben uns für die Tour gewonnen. Ah, ja, die Nachttour, korrekt? Ah, ja, wir sind ein bisschen früh. Na, ich bin mir Angst, die Tours sind nur von 10 Uhr bis 20 Uhr. Was? Just to be extra spooky? Es wird die Zeit, meine Freunde. See you tonight. Shit! Well, now what do we do? We'll just have to wait. We can't afford to let anyone else go in or out of this gate. I agree, we're just gonna have to wait here till nighttime. Okay, how far away is that? Uh, about six hours. All right, just wait six hours and we're good to go. Uh... How long now? Still about six hours. Oh man. Guck ich da nicht irgendwie so nahe? Yeah, we should have snacks brought. Oh god, okay, how long now? Right around six hours still. Jesus fuck. You know kid, you still have yet to tap the full potential of your time. Time bending ass. Eh. 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 Something that could enhance your ability, could possibly make time pass more quickly. 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 You see that AC fan over there? Right there behind you. Over by the gate. On the left side. Can't miss it. Yeah, I have no more shot. If you fart into that fan, the oscillation of the gas will filter it through the expansion valve mixing it with the pressurized refrigerant inside the condenser coils. Foils. 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 Don't question if that makes any sense kid. Just fire in the pan. Come on. I'll fire it up for you. Right now. Jason. Ehhhh. Really? . Ja man, mein mächtiger Furz hat es geregelt. Oh scheiße was war das letzte? Das war doch ein Artefakt. Ein Artefakt. Oh cool, das ist ein neues. Was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Auch nix. Ok, war doch nix gescheit. Karpmin wird sich in der Zwischenzeit wahrscheinlich befreien. Was ist da drüben? Vieherrschige Tiere und wo man sie findet, habe ich nur zu wenig versprochen. Oh, einige junge Leute sind interessiert in genetische Ingenierungen, hm? Wunderbar, bitte komm in. Oh, hallo. Oh, es gibt noch mehr. Hallo Schiff. Was? 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 Wie geht das? Oh, du bist einer der Cynik, hm? Wir treffen uns hier an der Tour und ich zeige dir, wie. Komm, nicht schuldig. Wir wollen nicht die 4-Asch-Gorilla-Feedung missen. Alter. Ist da hinten eine 2-Aschige Cobra? Ihr wollt mich doch verarschen. Eine 6-Aschige Giraffe. Eine 4-Aschige Fledermaus. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Mann. Oh, warte, jetzt kann ich aufmachen, oder? Klebeband. Neuro-Anal-Transmitter. Ja, ich komme ja schon. Boah. Sind das Aschige Pflanzen? Was? Eine 4-Aschige Tomate. 4-Aschige Trauben. 4-Aschige Äpfel. Genau. Oh, jeez, ich glaube, das war uns. Bring ihn zurück? Oh, natürlich nicht. Ich versuche, dass er seinen mittenen Körper mehr Asse geben kann, damit er endlich in Frieden reisen kann. Jetzt gehen wir weiter. Schon wieder in einer Leiche mehrere Aschiffe. Well, hier sind wir. Der Topflug des Gebäudes und der Ende unserer Tour. Was sind diese? Diese schrecklichen, monströsen Fehler von Sunni. Unser neuer Benefaktor hat gefragt, dass wir genetisch verletzen, einige der lokalen 6th-Graderinnen und sie stärker machen. Okay, okay. Warum würdest du das machen? Warum? Warum würdest du genetisch verletzen, 6th-Grader zu machen? Hör auf, Super-Craig. Wie glaubst du, dass wir das alles bezahlen? Wir haben finanzielle Donner. Unser neuer Benefaktor hat gefragt, dass diese Armee mutierten 6th-Grader zu schützen, um seine alterte Katze zu schützen. Was alterte Katze? Oh, genau hier. Ein weiblicher Benefaktor namens Mr. Connor hat das Geld verletzt, um die schrecklichen Katze zu schützen, mit mehr Asse zu schützen. Unsere Firma kann Asse zu schützen mit sehr kompetentiven Raten. Oh, Scheiße. Das ist ja noch nie passiert. Ja. Ja. Nein. Oh, fuck. So viele Asse. Lauter Asse. Many Asses Cats. Mephistotec. Man hatte eigentlich so ein riesen Labor aufgebaut. Das ist ja so. Ja. 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 Und vielleicht schaffe ich die Zackzeite. Na fuck. Alter, hör auf zu kotzen. Wie fühlst du das? Ja, war sehr schön Okay, machen wir es halt so Und Paz Hau die vier eschigen Katzen weg Oh mein Gott, nehmen wir auch eins Äh, fuck Hup, wie hat sich die Tupperdose voll kotzt Das ist doch ein vollidiot alter, oder? Oh scheiße Ne, 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 das können wir nicht zulassen Geht das so besser? So, dann füch ich sie alle. Auf geht's, Cheryl! Vorwahl, hallo! Ja, Chimmy, die kotzt dich aus. Oh fuck. So, jetzt brauchen wir die Classy noch. Auch wenn ich nicht weiss, wie die in das Gebäude kommt. Jimmer, voll im Gebäude. Total realistisch. Oh nein. Ups, jetzt habe ich es geschafft. Oh. Ach, für dich, Mann. Bleh. Bleh. Ih, die Katze, Alter. Jetzt kann ich es nicht verhindern. Scheiße. Super Cray. Jetzt kann ich die Katze vermöbeln. Geht das auch nicht mal. Wahnsinn. Wir können eigentlich 5. Bleh. Bleh. Jetzt kommt die schwarze Katze dran. Scheiße. Oh Mist. Überlebe. Nein. Fuck. Wir sind so nah, dass ich es fühle. Ja, mit dem kann ich. Zack. Da treffe ich dann alle die Katzen gleich. Super, duper, Highbuster. 4.000. 10.000, was weiß ich. Hallo, ich will angreifen. Mach. Komm, 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 komm. Von den ganzen Tag Zeit. Ich sollte vielleicht die Vorschriften. Okay, so viel Ziel ist gar nicht ab. Aber dafür sind sie alle geschockt. Oh, die vorne hält ganz schön viel aus, ey. Okay. Sehr schön. Da treffen wir beide. Und bluten. Kann die jetzt noch mal brüllen oder so? Oh, sehr schön DC. Ah, auf die 12. Super cool. Sonst fehlt bloß nur einer. Dann darf die Tupper, die Tupper Schachtel kalt machen. Ich glaube, ich habe nur etwas zu dem Generator gemacht. Wahnsinn. Deine Asher konnten mehr Asher besiegen. Glas mit Arsch-O-Teechen. Meine poor Kreaturen. We must escape the lab. Maybe. Maybe we can go through some of the larger Exhibits. This way, children. Das, die towels sprouts discounts. Wie gesagt, Da schosa.